ja willkommen mein name ist hans buser und du erkennst hier diese webseite ich habe dir damals kennengelernt und aus interesse wollte wissen ob das was hier zu sehen und zu lesen ist tatsächlich der tatsache entspricht und auch funktioniert und habe mich dann darüber informiert und zuvor hatte ich mich bei diesem anbieter hier von video2pray neuerdings heißt es in learning also linkedin learning das ist die grundlage darauf besteht programmieren zu können zu können um eine webseite technisch funktionsfähig ins web zu veröffentlichen zu können und die dann zu nutzen zu können da gibt es etliche informationen zum überhaupt eine programmiersprache ist der quellcode dann das programm zu schreiben benutzeingaben etliche variablen etliche typen etlicher code dann modulner wiederholungen und dann die weiteren stilen daten und mögliche fehlern speicher verwaltung und so weiter und so fort also sehr umfangreich und fundiertes wissen nun bei dieser sache geht es ja um aufgaben und dadurch lässt sich damit geld verdienen also die grundlage ist die kennt darüber zu haben ja eine webseite technisch funktioniert ich habe hier kannst hier ich bin da bereits eingeloggt und habe damals am 26 8 2017 diese erste aufgabe hier ausgeführt und ich bin hier entsprechend so aufgeführt und damals hatte ich in der tat 0,006 euro hier dadurch verdient und mitweiler hat sich das ganze da entsprechend chronologisch so addiert und du erkennst hier natürlich das wichtig ist wann konnte ich da erstmals eine Auszahlung tätigen und hier habe ich mich auf diese seite begeben und du erkennst hier am 25.02.2008 also vom vom häufigen datum zwei jahren zurückgerechnet und das entspricht tatsächlich als ich damals ja diese erste auszahlung tätigen konnte und darüber erstaunt war das ist was auf dieser webseite da steht tatsächlich funktioniert nun du erkennst hier sehr deutlich dass ich aus interesse und da einfach fortlaufend diese aufgaben hier ausgeführt habe und dadurch fortlaufend hier weitere solche auszahlungen tätigen konnte das ist natürlich sehr interessant rückwärts oder rückblickend zu betrachten und mittlerweile bin jetzt hier du erkennst hier ältere auszahlungen und das ist jetzt hier die ja aussagen zuletzt getätigt habe und ebenfalls im februar einfach zwei jahren später und das ist der betrag der wird mir dann zum 15 des volkmonats bis hier auch steht also bis zum 15 des volkmonats dann auch ausbezahlt und das ist der betrag der dann dazu kommt also ich finde diese art von webseite zu programmieren das passiert ja hier ein paar rhythmus dass diese verwendet werden kann dadurch aufgaben ausgeführt werden können und durch diese tätigkeit einnahmen ich finde das phänomenal dass es möglich ist dass ich das so kennengelernt habe und fortlaufend nutzen oder die das ganze so aufzeigen mir selbst auch entsprechend wiederum in erinnerung rufen wie lange es her ist und das entspricht in der tat zwei jahren und seit diesem zeitpunkt nutze ich diese täglich würde mich da jeweils mit dem smartphone einloggen und dann fortlaufend hier mit weil im zweistelligen bereich diese einnahmen geben das ist einfach so möglich einfach webseite hier und dann ein registrieren und schon kann es losgehen hier gibt es weitere fragen und schon kannst du das ganze für dich nutzen ich werde es weiterhin tun und dann zum späteren zeitpunkt wiederum darüber berichten